Seit fast 20 Jahren fährt der Angeklagte Kurt Sattmann mit seiner Frau Monika alljährlich zum Urlaub an den Bodensee. Und immer kehrt das Ehepaar ins Hotel Seebrunnen ein. Besonders beliebt sind sie dort nicht, denn Kurt Sattmann beschwert sich unentwegt. Was ist das denn hier für eine Unverschämtheit? Auf diese Weise versucht er Preisnachlässe zu erkämpfen. Die neue Besitzerin des Hotels, Sandra Hanau, ließ sich das nicht länger bieten. Deshalb soll Kurt Sattmann in ihrer Speisekammer Maden ausgesetzt und das Gesundheitsamt informiert haben. Wollte er das Hotel in den Ruin treiben? Kurt Sattmann, Sie sind geboren am 13.09.1958 in München. Sie wohnen jetzt in Landsberg am Lexis, sind verheiratet und Inhaber eines Schreibwarenladens. Ja. Verstatzt heute die Anklage bitte. Was machen Sie da? Ich dachte, das macht man so wegen der Achtung vor dem Gericht. Naja, lassen Sie mal. Es reicht schon, wenn Sie einfach nur zuhören. Entsetzen Sie sich bitte, Herr Sattmann. Na dann eben nicht. In der Nacht zum 15. Januar 2011 gegen zwei Uhr drang der Angeklagte in die Küche des Hotels Seebrunnen in Meersburg am Bodensee ein, brach mit einem harten Gegenstand die Tür zur Speisekammer auf und setzte insgesamt zwei Liter Köder Maden aus. Am nächsten Morgen rief der Angeklagte anonym das zuständige Gesundheitsamt an und behauptete, die Hotelküche sei wegen schlechter hygienischer Verhältnisse mit Ungeziefer befallen, woraufhin die Behörde die Küche besichtigte und vorübergehend schloss. Abgesehen vom Imageschaden für das Hotel entstand durch die verdorbenen Lebensmittel, den herbeigerufenen Kammerjäger und die beschädigte Tür ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Strafanträge wurden form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit des Hausfriedensbruchs in Tateinheit mit Sachbeschädigung und der Verleumdung in Tateinheit mit falscher Verdächtigung beschuldigt. Strafbar gemäß Paragrafen 123 Absatz 1 Absatz 2. Nun, Herr Sattmann, jetzt haben Sie Gelegenheit, sich zu dem Vorwurf zu äußern, wenn Sie wollen. Natürlich will ich das. Es ist eine Unverschämtheit, mich hier vor Gericht zu zerren. Ja, was hatten Sie denn erwartet? Immerhin haben Sie das Hotel mit diesen Maden so nachhaltig sabotiert, dass es kurz vor der Grenze zur Insolvenz steht. Ja, aber die Viecher, die marschieren da bestimmt schon seit zwei Jahren rum. Und bestimmt nicht wegen mir. Der eigentliche Skandal ist doch der, dass das Gesundheitsamt den Laden nicht schon viel früher hat dicht gemacht. Hat es. Es hat zumindest untersucht. Und es wurde nie irgendetwas festgestellt. Und wissen Sie warum? Weil diesmal zum ersten Mal vorsätzlich diese Maden in dieser Hotelküche ausgesetzt wurden. Weil man nämlich dieses Hotel-Restaurant in Verruf bringen wollte. Sie wollten dieses Hotel-Restaurant in Verruf bringen. Ach, da reicht es doch, das Essen zu genießen. Da braucht es keine Maden mehr. Das heißt, Sie waren also nicht zufrieden mit dem Hotel? Nein, das war ich nicht. Zumindest nicht seit dem Zeitpunkt, als die Tochter von Herrn Hanau das Hotel übernommen hat. Die ist noch sehr jung und weiß natürlich auch noch nicht, wie sie mit ihren Gästen umgehen kann und umgehen muss. Und ich gehe davon aus, dass sie in spätestens zwei Jahren das alles wieder klar bekommen hat. Und dann macht man auch wieder gerne Urlaub im Hotel. Ich glaube, Sie sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, was Sie dieser Hotelinhaberin mit ihrem Sabotageakt angetan haben. Wenn das Hotel pleite geht, ist das sicherlich nicht meine Schuld, sondern die von Frau Hanau. Hanau, wer will denn schon ein lausiges Hotel? Also, laut Aussage von Frau Hanau, haben Sie in diesem Hotel Sebo und seit mindestens 20 Jahren, mindestens einmal im Jahr Urlaub gemacht. Ich frage mich, wieso denn, wenn es da so lausig ist? Das war ja nicht immer so. Früher war das ein nettes, solides Hotel, bis Frau Hanau alles kaputt saniert hat. Früher gab es da eine gutbürgerliche Küche. Die Zimmer waren solide. Alles sauber und piekfein. Wir hatten nie Grund, uns zu beschweren. Was erzählen Sie da eigentlich überhaupt? Jahr für Jahr haben Sie sich wegen jeder Kleinigkeit beschwert. Ach mein Gott, was heißt denn schon beschwert? Das ging doch sogar so weit, dass Sie sich absichtlich eine der billigsten Zimmerkategorien gebucht haben. Und sofort nach Ihrer Ankunft haben Sie nach irgendwelchen Mängeln gesucht. In der Hoffnung, beziehungsweise weil Sie darauf spekuliert haben, dass Ihnen der Hotelinhaber aus Kulanz eine bessere Zimmerkategorie gibt oder aber einen Preisnachlass. Natürlich verhandle ich über den Preis, insbesondere dann, wenn das Zimmer nicht mit der Ausschreibung im Prospekt übereinstimmt. Das ist doch mein gutes Recht. Mag sein, aber trotzdem fragt man sich, warum Sie dann nicht mal ein anderes Hotel ausprobiert haben. Ja, warum sollte ich? Vielleicht wären Sie in einem anderen Urlaubsort glücklicher gewesen und hätten sich weniger beschweren müssen. Wir machen einmal im Jahr Urlaub. Wir können unseren Schreibwarenladen auch maximal nur eine Woche dicht machen. Die Zeit, die reicht nicht, um ins Ausland zu fahren. Und am Brunnensee ist es wunderschön. Wir wollten nie woanders hin. Kein Wunder, schließlich ist Ihnen ja der bisherige Hotelinhaber auch immer aus Kulanz entgegengekommen. Aber jetzt, wo seine Tochter die Leitung übernommen hat, da sind Sie doch mit Ihren Beschwerden auf Granit gestoßen. Als Stammgast habe ich so eine Behandlung bestimmt nicht verdient. Der Vater von Frau Hanau hatte da noch ein ganz anderes Wertebewusstsein. Ach ja? Ja, wenn ich mich da beschwert habe, dann höchstens über Kleinigkeiten. Mal ein bisschen Staub unter dem Bett oder auch mal ein paar Haare auf dem Waschbecken. Aber seit Frau Hanau da ist, die hat ja auch aus den Zimmern die Holzmöbel rausgenommen und gegen so neumodischen Kram ersetzt. Vollkommen geschmacklos. Da waren Sie doch sauer, Herr Sattmann, oder? Und deswegen haben Sie sich diese Köder-Maden besorgt, sind nach Meersburg gefahren, haben diese Maden in der Küche ausgesetzt und am nächsten Morgen des Gesundheitsamts informiert. Was? Wie jeder anständige Bürger schlafe ich nachts. Ich war die ganze Nacht zu Hause in meinem Bett. Sie haben bei dem Anruf zwar Ihre Stimme verstellt, aber der Beamte des Gesundheitsamts hat die Telefonnummer von seinem Display durchaus aufgeschrieben und die Nummer gehört zu einer Telefonzelle in Landsberg am Lech? Und wo wohnen Sie? Ja, in Landsberg am Lech? Ach nee. Der Beamte wird später auch noch als Zeuge aussagen. Ist doch vollkommen egal, was der sagt. Ich habe nicht angerufen. Und um den Zustand in dem Hotel, insbesondere im Hinblick auf die Hygiene, beurteilen zu können, da musste man ja noch nicht mal in das Hotel reingehen. Der Teppich vor dem Eingangsbereich, der war doch schon die ganze Zeit total versifft. Bitteschön, ein Hotel von Format achtet auf so etwas. Warten Sie. Was tun Sie denn da? Sie sollten nicht ohne Erlaubnis aufstehen hier. Was machen Sie denn da? Herr Richter, dann bitte ich, um Erlaubnis aufstehen zu dürfen, um Ihnen ein paar Beweisfotos zu zeigen. Ja, bitte. Schade, dass Sie mich selber noch ein bisschen geputzt haben, um das sauberer zu halten. Was ist denn das? Was haben Sie denn da? Was machen Sie denn da? Anscheinend irgendwelche Beweisfotos von dreckigen Hotelleingängen oder was? Ja, es sind ein paar Fotos. Also, was haben Sie da? Einen Moment, hier. Sehen Sie das? Sie müssen wissen, wie der Mandant da vorliegt. Fusseln. Eingetrocknete Blumen. Und hier, gucken Sie sich mal das Waschbecken an. Und hier am Fenster. Ja, was soll das sein? Schimmel. Es geht hier heute nicht darum, wie sauber dieses Hotel normalerweise ist oder ob da die Blumen vertrocknet sind, sondern ob Sie die Hotelküche mutwillig mit Maden sabotiert haben. Und jetzt setz Sie sich wieder hin. Ich sag Ihnen was. Herr Sattmann, da drüben müssen Sie noch Platz nehmen. Sie sollen sich da hinsetzen, bitteschön. Was sagen Sie mir Schönes? Ich sag Ihnen was. Die Hanau, die will mich doch hier nur fertig machen. Ich war doch der Einzige, der mal den Mund aufgemacht hat und die Zustände kritisiert hat. Und jetzt will die Frau Hanau mich doch nur hier als Sündenbock benutzen, um die unmöglichen hygienischen Zustände in Ihrem Hotel in meine Schuhe zu schieben. Also fassen wir zusammen. Sie streiten den Vorwurf ab. Aber dem Hotel war es nicht ordentlich. Also dann keine weiteren Fragen. Kein, vielen Dank. Apropos Ordnung, Ihr Hemdzipfel hängt da raus. Setze ich bitte zum Herrn Verteidiger. Wir treten in Beweisaufnahme ein. Sandra Hanau, bitte. Verhause, guten Tag. Nehmen Sie ja bitte hier Platz. Muss Sie mir leeren, aber das wissen Sie natürlich, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen, sonst machen Sie sich strafbar. Natürlich. Sie heißen Sandra Hanau, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Meersburg. Sie sind ledig und Sie sind die Managerin des Hotels Seebrunnen. Ganz richtig. Managerin und auch Besitzerin. Die Frage ist halt nur, wie lange noch. Das war ein Verschwäge mit dem Angeklagten. Nein, aber der war leider Stammgast bei uns und wegen dem habe ich jetzt die ganzen Probleme. Das muss man sich mal vorstellen. Seit Jahren kämpfe ich darum, dass das Hotel mit soliden Finanzen dasteht. Und dann kommt so ein Berufsquerulant wie Herr Sattmann daher und macht mir alles kaputt. Wenn Sie Ihr Hotel nicht wirklich führen können, ist das doch wirklich nicht meine Sache. Ach, hören Sie doch auf. Sie sind wirklich das Letzte. Als wenn ich nicht schon genug Sorgen hätte. Die Bank hat mir noch einen Kredit gegeben. Aber wenn nicht bis zum Monatsende ein Wunder geschieht, dann muss ich mein Hotel verkaufen. Und das alles nur wegen Ihnen und der Aktion mit den Maden. Vorsicht, junge Frau. Da sagt man vorher kein gutes Haar an hygienischen Verhältnissen im Hotel gelassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber was der sagt, das stimmt nicht. Wir achten penibel darauf, dass es bei uns sauber ist. Wir sind schließlich ein Wellnesshotel. Da erwarten die Gäste, dass es blitzblank ist. Und bisher gab es von niemandem Beschwerden deshalb. Nur von dem da. Erzählen Sie doch mal von dem Morgen, als Sie da die Maden bei Ihnen im Küchenbereich festgestellt haben. Eigentlich hat ja Paula, meine Küchenchefin, die Maden entdeckt. Ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, wie Sie mich angerufen haben und von diesen ekelhaften Viechern erzählt. Die waren einfach überall in den Vorratsräumen, in der Küche. Das ist noch nie passiert. Das ist das erste Mal. Wir hatten noch nie ungeziefer. Was sind Sie? Paula Demmel ist mein Name. Ich bin die Küchenchefin vom Seebrunnen. Und ich kann versichern, dass wir noch nie irgendwie Schwierigkeiten hatten mit Sauberkeit oder Ungeziefer in der Küche. Und ich war am Abend zuvor auch in der Küche und da war nichts zu sehen von Maden oder Ungeziefern. Und das können alle Mitarbeiter bezeugen. Ach, die Mitarbeiter, die beißen doch nicht in die Hand, die sie füttert. Ich sage Ihnen was. Ich habe schon seit Jahren auf die Zustände in dem Hotel hingewiesen. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre eigene Küche fit zu halten und diese... Das ist doch lächerlich. Gäste haben überhaupt keinen Zugang zur Küche. Sie können überhaupt nicht beurteilen, wie es bei uns in der Küche ausschaut. Guter Ansatz. Waren Sie mal in der Küche? Nein. Haben Sie jemals Ungeziefer bei uns gesehen? Nein. Nicht wirklich. Aber aus der Küche und bei dem Essen, das kann ja auch nichts Vernünftiges sein. So ging das die ganze Zeit. Ständig dieses Genörbel und immer wegen irgend so einem Kleinkram. Halt Sachen, die im laufenden Betrieb mal vorkommen. Aber Ungeziefer in der Küche, das war so ekelhaft. Welche Auswirkungen hatte denn dann dieser Madenbefall für den Hotelbetrieb? Ja, die Vorräte konnten wir den Gästen natürlich nicht mehr vorsetzen. Also musste ich erstmal improvisieren und hab die Sachen fürs Frühstück im Supermarkt gekauft. Und wie wir damit fertig waren, hab ich die Maden eingesammelt. Aber da standen auch schon die Herren vom Gesundheitsamt vor der Tür. Wie haben Sie denn auf seine Beschwerden reagiert? Ja, ich hab mir das natürlich nicht gefallen lassen. Ich seh es nicht ein, dass ich dem ein besseres Zimmer geb, nur weil der irgendwelche lächerlichen Kleinigkeiten fotografiert. Der ist doch noch nicht mehr ganz tiptop. Wo sind wir denn? Ich muss die Kosten schließlich auch wieder reinholen. Wenn in Ihrem Prospekt steht, dass es jeden Tag Fruchtsäfte gibt, dann will ich die auch haben. Gab es doch auch drei verschiedene Sorten. Fruchtsäfte sind frisch gepresste Säfte mit Fruchtfleisch. Schauen Sie mal in die einschlägige Linzmittelverordnung rein. Und das, was es bei Ihnen gab, das war ein Gemisch aus Wasser und Konzentraten. Unzumutbar! Verstehen Sie, dass ich keine Geduld mehr hatte? Er hat das einfach übertrieben. Natürlich bin ich jetzt wieder an allem schuld. Ich sag Ihnen aber was, Frau Harnow. Wenn Sie es nicht schaffen, Ihre Küche in Ordnung zu halten, dann können Sie das Ganze nicht auf mich hier schäbern. Und verdammt noch mal, wenn Sie nicht die Größe haben, hier aufzustehen und zu bekennen, dass es alles in Ihrer Verantwortung liegt, anstatt mir hier die Schuld zuzusehen. Nein, jetzt ist es nicht mal wieder einherrscht. Niemand soll hier die Größe haben, aufzustehen. Aufzustehen, sprich, Sie setzen sich jetzt auch wieder hin. Es gibt nicht die geringsten Anzeichen dafür, dass es in der Hotelküche der Frau Harnow irgendwelche hygienischen Defizite gab. Punkt. Ich muss mich doch... Vielleicht sollten Sie das mal besser mir überlassen, jetzt hier mal weiter zu sprechen. Okay? Alles klar? Gut. Ich kann natürlich den Ärger meines Mandanten durchaus nachvollziehen. Schauen Sie, mein Mandant, der war immer gerne in dem Hotel Seebrunnen und das, was die Frau Harnow als Nörgelei auffasst, das war von ihm lediglich als konstruktive Kritik gedacht. Mein Mandant, der wäre der Letzte, der das wollte, dass das Hotel dicht machen muss. Tja, das Hotel würde dann aber unter einer neuen Leitung wieder aufmachen. Genau. Eine Leitung, die vielleicht ein neues Konzept hat, das dem Geschmack des Angeklagten eher entspricht. Der kann es doch kaum erwarten, dass ich pleite gehe. Aber das Hotel, das dürfte doch einiges wert sein. Oh ja. Das liegt direkt am Bodensee, die Gegend ist touristisch hervorragend erschlossen. Da kann ich mir vorstellen, da wird es doch einige Investoren geben, die dieses Hotel mit Handkurs nehmen würden. Ja, fünf Angebote hatte ich letztes Jahr. Aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Frau Hanna, ich denke da ganz konkret an den Herrn Ludwig Grabe, der da in der Nachbarschaft einen Segelhafen betreibt. War der eigentlich auch am Kauf interessiert? Also hören Sie mir bloß mit dem auf. Der hat mir ein Angebot unterbreitet, das war unter aller Kanone. Ein Spottpreis. Ich hätte es damals fast beinahe annehmen müssen, aber nicht mit mir. Das sage ich Ihnen so schnell nicht. Den Triumph gönne ich ihm nicht. Jetzt müssen Sie mal erklären, was an dem Herrn Grabe persönlich so unangenehm ist. Das ist Ihnen richtig anzumerken, dass der ein rotes Tuch für Sie ist, oder? Ja, das ist eine lange Geschichte. Gut, dann versuchen Sie es doch mal mit der Kurzfassung. Also das ist so, der Grabe-Clane und meine Familie, da gibt es schon seit Generationen dicke Luft. Eigentlich weiß ich selbst gar nicht mal genau warum, aber seit Jahrzehnten geht das schon hin und her. Ludwigs Großvater hat damals meinen Opa kräftig über den Tisch gezogen. Ja, und der hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Dann gab es da mal einen Unfall, wo einer den anderen beschuldigt hat. Und deswegen gibt es heute noch Streit. Ich weiß, das ist kindisch. Ich will bei diesen Kinderreihen eigentlich auch erst gar nicht mitmachen, aber die Grabes lassen keine Gelegenheit aus, meiner Familie Schaden zuzufügen. Und da muss man sich wehren. Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass dieser Herr Grabe immer noch ein brennendes Interesse an diesem Hausgrundstück hat. Immerhin liegt es neben seinem eigenen und dass er damit dann auch noch die Familie von der Frau Hanau demütigen würde, kommt hinzu. Das heißt, er hätte ein starkes Motiv für einen Sabotageakt. Gibt es denn noch Fragen an die Frau Hanau? Keine Fragen, nein. Sie bleiben unvereidigt. Nehmen bitte hinten Platz. Ludwig Grabe, bitte. Herr Grabe, guten Tag. Grüß Gott. Nehmen Sie mal hier in der Mitte Platz, bitte schön. Ich muss belehren, dass er das Zeugnetag die Wahrheit sagen muss mit der falschen Sache gemacht wird. Sie ist strafbar, 55 StPO. Ich belehre Sie Vorsorge. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Ludwig Grabe, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Meersburg, Sie sind geschieden und Sie betreiben auch in Meersburg einen Segelhafen. Ja, das ist richtig, in bester Lage. Mein Grundstück liegt genau neben dem Hotel von der Frau Hanau. Verwandt, Verschwäge unter dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Jetzt haben wir schon gehört, dass das Verhältnis zwischen Ihrer Familie und der Familie Hanau nicht gerade, vorsichtig gesagt, das Allerbeste ist. Ja, wie gesagt, diese Hanau-Sippe, wenn ich mal endlich zugeben würde, dass Ihr Vater den Tod meines Vaters eiskalt, aber eiskalt, ausgenutzt hat, um Ihr Grundstück zu vergrößern, nur einen Zaun hochzuziehen. Das ist eine Frechheit. Hä? Das ist ja wohl lächerlich. Da gibt es sogar ein Gutachten. Mein Vater hat den Zaun aus Versehen acht Zentimeter zu weit drüben gebaut. Und wegen sowas musste ich ein halbes Vermögen für Vermesser und Gutachter ausgeben. Dann hätten Sie ihn abreißen können. Wegen acht Zentimeter? Also, Sie haben ja wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Die gehören Ihnen aber nicht. Und die hole ich mir zurück, garantiert. Lassen wir doch die ganze Familienfäde mal außen vor und kommen mal zum Tatvorwurf. Laut Ihrer polizeilichen Aussage wollen Sie ja in der Nacht, als die Maden einer Hotelküche, der für Hanau ausgesetzt wurde, eine Beobachtung gemacht haben. Ja, ja, genau. Ich habe da das Auto von dem Herrn Sattmann gesehen. So nachts, zwei Uhr. Sie wohnen doch am ganz anderen Ende von Meersburg. Was hatten Sie denn da in der Nacht vor dem Hotel eigentlich zu suchen? Im Verteidiger, es war ein Sturm gemeldet. Und ich wollte schauen, ob bei mir am Seehafen alles verzurrt ist, alles zugesperrt ist. Und deshalb habe ich geschaut und habe genau hinter dem Fahrzeug von Herrn Sattmann geparkt. Woher kennen Sie denn eigentlich das Auto meines Mandanten überhaupt? Nicht nur das Auto kennt jeder. Auch den Herrn Sattmann bei uns. Jeder. Der hatte schon mit jedem Streit. Ich denke da nur, vor zwei Jahren, da wollte er so eine Strandkabine mieten und die sind eigentlich reserviert für die Einheimischen. Und der ist ein ganz, also mit allem Möglichen kommt er. Auch einen Ausweis hat er. Herr Hund, Herr Hund, Herr Hund, was wollen Sie denn? Ich bin doch hier kein dahergelaufener Tourist. Nee, ganz was. Ganz was außergewöhnliches. Ausweis. Was ist mit dem Ausweis? Er hat einen Behindertenausweis. Gott weiß, wie der da drankommt. Der steht mir zu, dieser Ausweis. Und den macht er immer hinter die Windzutscheibe und dann parkt er immer auf den Behindertenparkplätzen. Und die armen Touristen mit dem Rollstuhl, die dann kommen, die müssen auf den engen, normalen Parkplätzen parken oder weiter weg. Meine kaputte Hüfte, die sieht vielleicht nicht so gut aus wie ein Rollstuhl, aber ich habe verdammt nochmal Schmerzen. Herr Sattmann. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Was? Herr Sattmann. Sie, feiner Pinke. Hinsetzen. Sie wollen mir gern etwas unterstellen. Herr Sattmann. Jetzt setzen Sie sich endlich wieder. Sie ist hier ein Ordnungsgeld. Ich muss mich doch nicht mal wehren können. Jetzt abhören Sie mal endlich tief durch und versprechen Sie mir, dass Sie ab sofort sich wirklich mal besser im Griff haben. Ich versuche es. So machen Sie überhaupt keinen guten Eindruck, okay? Ja, Sie haben recht. Entschuldigen Sie, damit Sie beide das auch mitbekommen. Ich habe gerade den Zeugen nochmal gefragt, ob er definitiv den Wagen des Angeklagten erkannt hat. Und er hat das so eben bestätigt. Ich war nur gerade da beschäftigt. So, lief es aber. Sie werden jetzt sich einfach mal ruhig verhalten. Herr Graber, jetzt zu Ihnen. Sie leiten ja den Segelhafen. Haben Sie da vielleicht mal irgendwann überlegt, Ihr Geschäftsfeld auszuweiten? Doch, Herr Verteidiger, wenn sich was anbietet, warum nicht? Und, hat sich in den letzten Jahren irgendwas angeboten? Ich hatte mal nachgedacht, in so eine Kaffeekette zu investieren. Machen wir dann aber zu unsicher. Ich dachte da eher so an ein Hotel. So an den Seebrunnen. Habe ich mal drüber nachgedacht. Und wieso ausgerechnet dieses Hotel? Herr Verteidiger, die Frau Hanau hatte die Finanzkrise verpennt. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich künstlich das Hotel erwerben. Und so ein Hotel zu meinem Segelhafen wäre ja ganz schick. Waren Sie denn so gar nicht enttäuscht, dass dieser Kauf nicht zustande kam? Ach, letztendlich nicht. Weil A, kenne ich mich in der Branche nicht aus. Und B, ja, war es auch unsicher. Ich sag ja, Sie wollten es nur aus reiner Bosheit kaufen. Oh Mann, bleiben Sie drauf sitzen, ehrlich. Ach ja? Herr Graber, ich habe mich da mal bei dem örtlichen Fachbetrieb für Photovoltaikanlagen erkundigt. Und da habe ich die Auskunft bekommen, dass Sie da einen Kostenvoranschlag für eine Anlage auf dem Hotel Seebrunnen haben machen lassen. Also für mich sieht das ganz ehrlich danach aus, dass Sie ganz konkrete Umbaupläne bereits gemacht haben. Ach was. Also zumindest ist es mehr als das, was ich jetzt unter einer unverbindlichen Voranfrage mir vorstelle. Herr Vorsitzender, ich bin Geschäftswang. Und bevor ich irgendwas kalkuliere, sichere ich mich ab. Und mit so einer Anlage auf dem Dach hätte ich die Nebenkosten im Griff gehabt. Und das war der einzige Grund. Aber um jeden Preis hätte ich das Hotel nicht gekauft. Keine Reiterfrage. Bleiben Sie unvermeidig, danke, nehmen bitte hinten Platz. Dann hören wir mal, die Frau ist angeklagt, uns an Monika Sachmann. Guten Tag, Frau Sachmann. Nehmen Sie einfach hier Platz. Ich muss belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Monika Sachmann, sind 48 Jahre alt. Sie wohnen in Landsberg am Lech. Sie sind verheiratet und Sie sind Mitinhaber eines Schreibwarenladens. Und Sie sind die Ehefrau des Angeklagten. Als solche müssen Sie gar nicht aussagen. Sie wissen, was Ihr Mann vorgeworfen hat. Er soll in der Nacht zum 15. Januar 2011 nach Meersburg gefahren sein. Soll da ins Hotel der Frau Hanau eingedrungen sein. Soll dann auch letzten Endes die Tür zur Speisekammer aufgebrochen und dort zwei Liter Maden, Köder Maden ausgebracht haben. Können Sie sich an die Nacht erinnern? Ja. Können Sie auch sagen, ob Ihr Mann da zu Hause war? Ne, das kann ich nicht. Hey, was sagst du da? Du weißt doch ganz genau, dass ich zu Hause war. Na, genau genommen weiß ich das doch nicht. Ich kann doch nicht unbemerkt in der Nacht von Landsberg nach Meersburg fahren. Das dauert wenigstens hin und zurück vier Stunden. Genau genommen kannst du das doch getan haben. Ich weiß es doch nicht, ob du es warst. Das kannst du doch hier so nicht sagen. Wieso wissen Sie es eigentlich nicht? Naja, mein Mann und ich haben seit drei Jahren schon getrennte Schlafzimmer. Kurz schnarcht so. Und bei getrennten Schlafzimmern hören Sie überhaupt nichts von Ihrem Mann? Nein, ich gehe regelmäßig abends um zehn ins Bett und ich habe einen sehr festen Schlaf. Also die Maden wurden irgendwann zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens in der Küche ausgesetzt. Vorher und nachher war da immer Betrieb. Da wäre Ihr Mann auf jeden Fall in der Küche aufgefallen. Und sein Wagen wurde um zwei Uhr nachts im Ort gesehen. Das heißt, wenn Sie um 22 Uhr schlafen gegangen sind, konnte Ihr Mann problemlos nach Meersburg fahren. Ja, und dann entsprechend die Maden in der Küche aussetzen. Denn für die Fahrt braucht man ungefähr so anderthalb Stunden. Ja. Du fällst mir einfach in den Rücken. Monika, bitte! Nein!